Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Antimydos und wir spielen wieder Scream Collection... Jetzt stellen wir uns noch vor, dass wir laut gewesen. Aieieieieiei... So, jetzt möchte ich gerne mal sehen. Wir gehen mal jetzt hier drauf. Und holen uns jetzt mal... Vom Tree? Wie viel er... So, jetzt sehen wir... 84.000 die Sekunde gibt er. Okay, und er soll angeblich eine Erhöhung haben. Mal kurz gucken wir da noch mal Stand. So, machen wir das bei dem auch. Wir werden wahrscheinlich gleich noch mal durchstarten müssen. Wir haben nämlich schon wieder 42 Halloween-Dinger. Ja... Wir setzen jetzt... Ja... Wir bekommen dafür noch mal einen Diamanten. So, der wird uns jetzt ordentlich die... ...die Hucke vollhauen. Da gibt's noch mal Diamanten. Sehr gut. Es ist halt eigentlich auch mal durf, dass ich einfach direkt mit dem Ende... ...mit dem Neuanfang-Starter, ja, sozusagen... So, jetzt ist ja... ...das Kleine kommt doppelt so hoch. 83 die Sekunde im Prinzip. Okay. 219 pro Sekunde. 219 pro Sekunde. Das heißt, er gibt uns jetzt 1.000. 319 pro Sekunde. 319 pro Sekunde. 319 pro Sekunde. 319 pro Sekunde. Okay. Klingt nach ein Deal. Wir brauchen Wolken für 50. 38.000. Wuuu. Wuuu. Wenigsten sieht das irgendwie schnell. Aber das nächste Upgrade kostet... 5.000 für die Pumpkins. ...diewende teddy. 5.000 für die Produktions komplett zu geben.. 6.000 für die Frise Kunde. 8.000 für die Pupc . 5.000 für die Weltenone. 1'000 für die win contreация. 1'000 für die Fl tare комп um werden. Das ist der��lectiviert nur 8.000 für die tongueψiert. Also egal. So gut. Das ist gar nicht Change. Oh, ich denke, wir müssen jetzt die Tombstowns hochpushen bis zum Jettnau. Wir können ja mal eine Runde spinnen. Wir haben 31 Spins. Wachen wir mal hier. Vielleicht kriegen wir irgendwas coole draus. Speed mal 2x10. Klicker. Yay. Cool. 10 Diamanten. Wie Geilo ist das denn? Wie Geilo ist das denn? So 100k ist das nächste. Dann haben wir auch gleich relativ schnell durch den Bonus. Dann machen wir mal 50k dafür. Kostet mich 100. Ja, so ein Million ist ein bisschen viel. So. Geister. Keine Angst, weil Geister hat er, sagt er. So, ja. So, dann brauchen wir hier nochmal, äh... So, 50 kosten 4 Mille. Wir bleiben bei Geister. So. Nächster Upgrade bei 500k. Dann eins bei einer Million. Dann kriegen wir auch relativ schnell. Das geht schon etwas ab, ne? So, dann gucken wir mal über den hier. Wir brauchen noch vier Spins. Kriegen wir noch vier Spins zusammen? Nein, wir kriegen nur drei zusammen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir nochmal einen extra. Oh, das war laut. Mensch, man könnte ja nicht beschleunigen, dass man die mal angucken muss. Okay, na gut, okay. Ah, jetzt wird nur eins binden. Na gut. Äh, ich wollte eigentlich die Upgrade kaufen, fällt mir gerade ein. Äh, ups. Wir brauchen 60, um die Tombstone zu voll zu beschleunigen. Oder... 60 für den Pump, für den Tree nochmal. Oh, ich denke mal, ich werde erstmal jeden upgraden. Und dann nochmal jeden upgraden. So in der Art. Ist das weg. Ja, nicht so schlechter Plan. Ich wollte schon wieder das Upgrade kaufen. Mensch. Jetzt ist es aber gut hier. Ich meine, wir haben eine Menge, was wir hinkriegen jetzt. Na, aber... So, 1,8 Millionen. 900.000. Erstmal ist es wohl nicht mehr viele Millionen sind Upgrade, damit wir das nächste Ding kaufen können. Es geht ja gerade auch so schnell, weil wir unheimlich lange diese ganze Zeug hier haben. Sollte mal ein bisschen klicken nebenbei, damit es hier schneller geht. Warte mal, was kosten mich dann gleich 15,25? 5 Mille, hä? Das ist eine große Menge, aber das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Wir sind schon bei 800k. Ich habe aber wieder das Makro vergessen. Oder ich mache einfach jetzt mal mit dem Tier, damit es noch besser produziert. So, was sagen wir mal, Loki, Loki? Für uns fehlt ein Spin hier. Uns fehlt, äh, noch ein paar von denen finden. Skills fehlt noch so einiges. Hier ist bald ruhig. Das ist noch dreimal Zeit. Wäre nice. Ähm. Von jedem 10 habe ich halt nicht. Pumpkin smashen haben wir bald. Jetzt, wo wir wissen, wie es funktioniert. Äh, alle drei Stufen des Hauses, alle 10 Stufen des Hauses bauen. Das ist noch nicht, irgendwie, noch nicht aufgetaucht. Das haben wir noch nicht hingekriegt. Ist ja klar. Wenn wir uns recht entziehen, ist das nämlich, äh, eine andere Schichte. So, einer noch. Sind wir da bei 25, denn das ist also doppelt so gut. Jetzt gucken wir mal. Ähm, wir haben jetzt hier 25, das heißt 4 Mille. Da sind 13 Millionen. Ich könnte die zwei hier so... Also, jetzt kann ich auch hier die 900.000, die man... 900.000 nehmen. Was ich noch gucken kann, ist, was haben wir denn jetzt hier frei. Das heißt, er müsste jetzt mehr produzieren, eigentlich. Das ist ein bisschen komisch mit dem, mit dem, mit dem Anvisieren, mit dem Hammer, ja. Das ist eigenartig. Ein wenig eigenartig, würde ich mal so behaupten. Das ist eigentlich das nächste 5 Millionen, ne? Jo, dann machen wir es mal hier. Das muss ich jedes Mal machen, irgendwie. Scheinbar. Oh, 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 halt. Das lohnt sich, das lohnt sich. Eigentlich ja nicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wow. Aber nicht, meine ich natürlich. 19 Millionen, das ist ein bisschen viel. Wir müssen mal kurz gucken. Ich denke, Mike, ich gehe hier oben. Den Pumpkin erst mal. Äh, den, den, den Tree verdoppeln. Denken wir mal, das ist eine sinnvolle Angelegenheit. Boots. Oder verdreifach hatte am Fall, scheinbar. Eigentlich ja nicht, aber passt schon. So, ja, hier um 25. Ist jetzt nicht dolle, da heißt 50 Wochen, bei dem noch 47 Millionen. Und die restlichen sind dann so, die kann ich jetzt erstmal nicht. Das heißt, abwarten, auf die nächsten beiden Upgrades. Jetzt müssen wir uns einfach ein bisschen nachhelfen hier. Dann holen wir uns die Fledermaus. Und jetzt beschäftigen wir uns ja diese Zeit mal, den Mad Scientist zu skillen. Das ist ja wenigstens mal alle, alle, alle Gebäude haben. Alle Gebäudeteile. Beziehungsweise wir müssen ja bloß den Abwehr dafür kaufen. Das war jetzt eigentlich schon nah dran. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, das war das Problem. Oh, da habe ich doch Habit. Ich habe den Zombie gekauft und dann... genau. Doch, hat er... Aber wie man merkt, die geht schon relativ schnell, ne? Dadurch, dass wir hier und das haben, dadurch, dass wir jetzt hier diese Upgrades haben und so... Das geht schon. Da geht einiges. So, die ersten Fettwiller haben wir gleich. Jetzt ist die Frage. Erstmal Spider-Upgrade, sodass die verdreifacht wird. Also, die Geschwindigkeit verdoppelt wird. Oder... Das andere Upgrade. Ich denke, es ist das andere, weil... Ich kann dadurch schneller klickern. Oder mehr dabei rauskriegen. Das dreifache halt im Endeffekt. Und das mehr bringt. Ich weiß nicht, dass diese Upgrade und theoretisch kann ich jetzt auch... Kann ich nicht, weil das kein Upgrade dafür war, ne? Tatsache. Hm. Auf jeden Fall wird die Gänzlich erstmal die... die... die Spinn verbessern. 19 Millionen... ist alles so teuer. Jetzt kommt wieder der Zeitpunkt, wo man ein bisschen warten muss. Langsam. Oh oh oh. Halt, 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 halt. Spyders. Zehn Millionen. Ist jetzt das nächste Ziel. Ist machbar. Wir haben ja schon über das Ziel hinausgeschossen. Vor allem geben die Spider ja jetzt zwei Millionen pro, ne? Dauert zwar lange, bis sie durch sind, aber... die geben halt. Das geht jetzt relativ fix. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir das. Jawoll. Dann haben wir ja gleich. Dann haben wir uns auch nochmal 500.000. Und da oben nur für die 20k Dinger durch wie Nasch. Du könnt jetzt 25 davon kaufen oder eben die 10 Millionen upgrade, was ja besser ist. Schöne. Komm schon, komm schon, komm schon. Jaaaa. Noch mehr Klingsdetails, die ist noch ein Stück schneller. Vor allem noch dreimal so schnell die ganze hier. Produktion aktiviert. Du 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 du. Und ja so macht das, wenn man Produktion aktiviert. Das ist ein ganz normales Geräusch. Standardmäßig. Standardmäßig nicht so vorgeheben. So, was brauchen wir denn für 100... 641 Millionen für den Pumpkin? Äh... Nein, das wollen wir nicht. Nur ein bisschen teuer. 7 Mille können wir aber ausgeben. Da ist das drinnen. Äh, 7 so unheimlich... Achso, unheimlich schnell, nicht unheimlich viel. Unheimlich schnell liegen sie jetzt. Habt ihr jetzt ab sofort 800.000? Dann setzen wir alles, was wir haben, immer noch in die Beds. Damit die abgebildet werden langsam. Was kostet mich denn 10 Level? 16... 17 Millionen. Hm... Ich bin nicht überzeugt. Warte mal, was kostet mich 25? Ich fand den hoch 19 Millionen. Aber da könnte ich die Spiders beschleunigen. Warte mal, doch, beschleunigen ist richtig. So, Speed-Bonus hält jetzt eine ganze Weile. Wir haben gerade Archive-Matter-Fick. Sehr gut. Wir haben noch einen Pumpkin noch. Und dann müssten wir... Ich glaube, wenn der 3 Pumpkin smasht, kriegst du immer einen Archive-Matter, würde ich gerade sagen. Äh, einen Diamant. Wir müssen noch... Hier noch smashen. Okay. Immer noch einen Spin. Das ist... Komm, hier. Wir haben uns jetzt ein Achievement. Bis dann, ob das jetzt wert war. Doch, warte. Wir haben ihn extra rausgekriegt. Und wir haben die 8 D gekriegt. Duhuhuhu. Duhuhuhu. Duhuh. Mh. 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 Nunja. Duhuhuhu. Okay, das haben wir also. Dann nehmen die jetzt 4 Minder jedes Mal die Spiders. Halleluja. Aber die Idee haben sie nicht gemacht, dass dann immer was dazu kommt, wenn da was Upgrade ist. Das haben sie echt cool gemacht. Ich frage mich, was passiert, wenn man nicht unendlich vielen hat. Ich meine, die Zombies kannst du ja unten in Massen stapeln. Das ist nicht das Problem, Mama. Ich nehme an, dass irgendwann vorbei ist, dass du einfach nur Spinnen stellen kannst. Denk ich mal, zumindest. So, das heißt, das nächste ist, auf die 10er zu sparen, um die Beds weiter zu Upgraden. Upgraden. So, wir haben 15 Diamanten, mit denen wir hier nichts anfangen. Und hier ist er so. Naja. Das gehen wir mal später. Das sind die Sachen, die man hier brauchen kann hier. Äh. Das hier ist dann das nächste Tombstone Income. Erhöhen. Medscientist Income. Medscientist. Ich muss mal bei Adventure Capitalist nur darin gucken. Ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe. Einfach, weil da nichts passiert. Im Januar oder so war das letzte Update. Und seitdem verrottet dieses Spiel einfach nur. Irgendwas mache ich da auch falsch. Die kommen da absolut nicht mehr voran. Oder kam mittlerweile weg. Ich habe schon so lange hier gespielt, dass ich wahrscheinlich ultra viele Kameraden habe da. So, das nächste sind bei 30 Millionen. Das ist ja fast wertet aufzuheben. Wobei Beds sind dann 50. Na gut, dann bereitet das noch voll. Die da relativ schnell, die wir mitgekriegt haben. Wir haben ja gleich über 10 Millionen und so. Über 10 Millionen und so. Alle 10 Sekunden. Eh eine Million in etwa. Plus die Millionen, die die anderen Bedenken ausspucken die ganze Zeit. Einfach mal ein bisschen Krach machen. Da ist meine Hirn fast geschmolzen gerade da durch. Sieht bestimmt lustig aus. Sonst schmelzt es nicht die Hirn. Doch, ich denke mir das lustig vor eigentlich. Mein Gehirn schmolzen. Zusammengefallen. Und ja, so machte wenn ein Hirn schmilzt. Yay, wir haben sie schafft. Jetzt sehen wir gleich viel, juhu. Oh, wow. Aber es ändert sich ja sobald wir da sind. Es gilt. Wir erfüllen nochmal 50 Millionen. Ach Mann. Ach Menno. Ich brauche noch irgendwas Klickable hier. Irgendwas Anklickbare wäre auch cool. Bevor wir jetzt aufhören demnächst. Schön wäre zu wissen oder zu sehen wie viel Zeit diese ganzen Dinger hier brauchen bis sie durchlaufen. Ich mache mal kurz einen Check. 100 Kosten. 800 Millionen. Okay. 25. Ich brauche ja sowieso fast 75. Das ist zu teuer. 25. Da könnte ich mir die Ghosts upgraden mit. Yeah, alle Skills aktiviert. L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l. Jetzt kommen wir relativ schnell auf die Dinge inszenen. Jetzt machen wir den Hunderter mit dem Ghosts-Pfeier. Da klickt noch einen Deal. Und dann sparen wir an. Also ich werde dann ansparen. Und dann haben wir unsere letzte Clique besäuern. Ich hätte mal den anderen voll mit so einem Idiot. Idioter. Das heißt, ich spare jetzt die 50M für das Ding da unten. Dann haben wir fast noch fertig. Wenn jetzt der 8 Millionen durchläuft. Oh, okay. Der 8 Millionen durchläuft. Und vielleicht der 9er Idiot schafft er auch eine Klima-Neut hin. Doch, da kriegen wir noch eine Klima-Neut hin. Wir haben ja jetzt schon fast. Also von daher kriegen wir ja fast ein Idiot hin. Also kriegen wir schon ein Idiot hin, denke ich. Und da kommt natürlich das 5 Millionen, da gleich... Ja, kriegen wir ein Idiot hin. Wichtig ist, dass wir das vorher gemacht haben. Jetzt gibt es nämlich 28 Millionen. Schade, dass der Zeit-Timer nicht mehr so lange hält. Das wäre auch genial. Alter, hier. Alter, hier. Alter, hier. Alter, hier. Alter, hier. Alter, Alter. Alter. Okay, jetzt reicht es. Ich würde sagen, alles andere kostet zu viel. Wir machen hier und da mal ein paar Clean-Upgrades. Das bedeutet, dass wir jetzt erstmal abwarten müssen. Das passt ja. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ne? Weil die Bürger sind jetzt zu Ende. Dann lasst doch ein Like, der, wenn euch gefallen hat. Ihr könnt ihr oben gerne abonnieren, wenn ihr nicht verpassen wollt. Oder neue Seite. Und ihr könnt gerne Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel haltet. Und wie man vielleicht, dass er vorankommt. Oder was man vielleicht ändern könnte an der ganzen Geschichte. Und ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.